Ja hallo und herzlich willkommen zu Nein, 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 ich will ansagen! Hallo! Warum soll ich jetzt wissen? Ein tolles Test und ein tolles Testaufnahme, oder was? Nein, es ist ein Name von Testaufnahme, was? Lukas, schäm dich, wir begrüßen normalerweise nicht zu dir, Leute. Kommt vor, ne? Kann sein, kommt vor, keine Ahnung, Uta. Ich bin schon wieder am zocken. Ja, geil, du bist am zocken und ich erzähl so ein bisschen was. Das ist nach Florian, der gerade so zockt und aufnimmt, Uta. Soll ich jetzt was sagen? Ah, ich habe aber... Ach so, hallo! Ich war der, der was irgendwie so blöd angeschaut hat. Der, der was mich unterbrochen hat, ist der andere. Ja, Mann, du hast, du hast gerade... Ich wollte ansagen, Mann, du nimmst immer meine Ansagen weg. Und das finde ich nicht okay. Das ist ganz ganz traurig, traurig. Ne, Mama, ich heule jetzt. Mutti, Lukas muss ruhig dich haben. Und scheiß fallen! Oh, ist recht, ne, Schneide! Ja, das ist, äh, das kann er bald, oder wie auch immer noch ausgesprochen wird. Es wurde in den Kommentaren empfohlen, es mal zu machen, nachdem wir das Flappy Bird bringen, gehe ich mit Bust-Bust-Bust-Test, äh, Test-Test, äh, Test-Test, Test-Test, äh, Test-Test, Letzt-Test gebastelt haben, sollten wir das noch machen. Wir basteln solche Videos, ich dachte, wir nehmen die auf. Ja, klar, wir basteln dann doch was zu. Irgendwie. Ja, die Tschüss-Ansagen. Gott. Huuuii! Wir hatten ja vorher schon aufgenommen, und nur, irgendwas passte nicht mit dem Ton. Und wir hatten vergessen, Tschüss zu sagen. Ja, und er hat als erstes, äh, äh, hier, angesagt, was ich wollte, ich ansagen. Ja, ich hab wieder vergessen. Ich, 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 ich liebe das Ansagen eben. Denkst du nicht, ich bin das lustig, sondern wenn man dann failt und so. Besonders wenn man dann failt und so. Ja, wie jetzt, das war, das war, doch. Wir, 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 wir schreiben, wir schreiben alle Fails rein. Flieg, Peter, flieg. Na, 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 na. Weißt du, wie ich mich da vorkomme, wie James Bond, der was aus dem Fenster springt? Huiiii! Du möchtest das Peter der Vogel. Pfff. Wieso lassen wir hier kein Nutella-Bot durchfliegen? Dann schmier dir selber dein Nutella-Bot und mach das Red der Aufnahme vor die Kamera. Pfff. Pfff. Götnü. Hör auf zu krippen und zu krabbeln und zu brunnen. Brummbär, Brummbär, Allermann Brummbär. Eckstein, Eckstein, jeder muss versteckt sein. Ja, ich lasse dich nicht mit so einem an. Den Film habe ich mir gestern oder vorgestern angeguckt. Ja, um halb eins am Morgen. Und am nächsten Tag in der Schule. Ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin. Und ich gehe auch mal um ein Uhr schlafen. Heute zum Beispiel... Heute zum Beispiel, aber war ich irgendwie... Also ich habe gestern vier Stunden gepennt und dann war ich heute um ein Uhr irgendwie... Nee, ich weiß nicht. Ich wollte gestern einstlafen und... Und ey... Mann! Und ey... Mann! Und ey... Eckstein, Eckstein, jeder muss versteckt sein. Wir haben dann halt nachher Tag geschlafen, meine Mund. Und dann, äh... Man muss das einstlafen, wenn man nur, äh... aufgestanden. Äh, eingeschlafen, ja. War ich morgens um sechs Uhr, äh... nach. So, in uns stunden zu gestanden. Ja, Eckstein, Eckstein. Hey, da muss versteckt sein. Ah! Stein? Nein! Warte! 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 Schein! Fast! Fast, ey! Fast, ey! Fast, ey, in den Stein reingelaufen. Nein! Ich war bei 846 Metern. Genau beim Abschluss habe ich... 3.000 Dägen jetzt geschafft. Ey, man schafft nicht unter 101 Meter, oder? Kann das sein? Warte! Also, das Spiel kann man nicht abstoppen. Hu, Stein! Oh, fuck. Fast wieder reingelaufen, ey. Ich hasse... STEILE! Das sieht aus wie so ein Lennon von Happy Wheels. Soll ich kenne schon? Ach so, du... Ah ja, ich kenne schon. Wie heißt das? Dayton 2 oder wie das heißt von Happy Wheels? Weil es gibt ja auch Dayton 3. Und das habe ich heute gezockt, weil mir langweilig war. Weil Lukas beim Glatzen für alle steirischen Zuschauer Glatzen Tischler. Und wir alle... Äh... Ne... 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 im Raum steht ist noch immer steil ne der nicht äh er steht im Raum ja auch dacht was machen nein man sollte schnarrt da haben mann wie diesen Pornow wo eine Vorrede auch über die Portugie gibt es mehr Portugies genau gibt es mehr videos insgesamt als mehr youtube videos also es ist was ich gehört haben sollten kommen ja die videos kommen auch youtube videos am tag werden hochgeladen 25.000 was ich so mal gehört hat von einer umfrage darauf das kann schon stimmen glaube ich kann schon stimmen glaube ich wann und was 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 gibt es mehr gibt es mehr youtube videos als bonus oder gibt es mehr von uns als YouTube videos ich werde für YouTube Videos aber knapp an der Grenze ja sicher knapp an der Grenze weil es gibt ja schon es gibt bestimmt mehr von nur Videos als MyVideos ja das es gibt mehr YouTube Videos als sicher MyVideos äh ja ja weil YouTube ist besser ich schaue hier fliegt mein Mikro runter aber nicht in den Mülleimer oh Gott erspar uns bitte diese scheiße ich will ja nicht wissen wer da drinne ist ne nein guck das nicht nach scheiße jetzt fliegt die schon wieder weg ey mein Mikro ja heute fliegt das Mikro weg dann will einmal inhalt von mir es ist das Strasse Stau es soll ein Foto machen und reinstecken nein hey da ist ja was an die Prozent können wir kurz pausieren ganz kurz pausieren müssen eine Nachricht beantworten nein jetzt nicht wir hätten ganz kurz vor dem Tag gemacht macht den Tag Lukas ich muss schnell was ich muss schnell was trinken weißt du noch oh Gott ey äh warte warte ich muss noch trinken hallo ich bin wieder da hm getrunken hab ich viel welche Röhre ist sie schnell hehehe ohja das waren noch Zeiten und gleich die Vergnung haben da auch und das war am Trinken weißt du auch nicht das ist die letzte Folge Bar 29 ach so Part 8 Uhr ja ich weiß nicht bis jetzt Part 15 glaube ich drauf haha oh man ey an alle die noch Freude an alle die noch Freude dabei sind Dankeschön ja danke danke für das Angrunden und danke fürs Daumen hochgeben beim Barvideos und danke fürs Kommentieren er hat gesagt ich hey Flo ich hab grad total Bock auf Mario zucken wir das ich ok ich wusste gar nicht dass es so schlimm wird ich dachte das sind sind zirka wieviel Barts dachte ich mir werden's hm äh so circa ähm 10 15 10 15 und jetzt haben wir erst den 15. Bart oben Ende und auch danke an den letzten Abonnenten was wir hatten der Konsolen Party heißt der dachte ich baue ich ihn ein könnt ihr auch abonnieren er hat ein bisschen mal beenden ich muss mich ich hab meine Videos selber noch gar nicht angeguckt weil äh aber ich hab mir eins angeguckt und dann fliegt runter hat 118 Abonnenten warte mal ja er hat 118 Abonnenten und soll ich ihn nach ja ja 118 hat er hab ich vorhin nachgeguckt ja und ja wir danken wir danken eigentlich wir danken an alle Abonnenten was wir bis jetzt geschafft haben dass ihr so dabei wart so fleißig abonniert habt so fleißig abonniert habt und wie ihr das schon angeguckt habt ja auch und Daumen hochgegeben habt wieviel Daumen habt ihr überhaupt hochgegeben was ist doch nicht ich geb doch Daumen hoch und da muss ich doch nicht nein Stein also warte ich geb grad einen Daumen hoch 1 2 3 oh nein warte da gibt's sicher ja so wieviel Daumen hat der Mensch 4 2 ok ja warte wenn die 10 Daumen zählst er mit 10 Daumen du zählst sicherlich 10 auch noch mit der große Onkel kennst du den meine Mutter hat immer gesagt der große Onkel hat einen großen Zeh nur kurz das ist der große Zeh ey ach so was sagt das was sagt das der große Onkel ist ey sorry was sagt das du nur 11 Minuten und 12 sollen wir anfangen uns zu verabschieden ja ok dann sagen wir ja wir reden wir wiederholen das gleiche so oft nämlich wenn wir tschüss sagen auch mögen ja dann sag ich jetzt mal danke für alle Abonnenten da draußen dann sag ich jetzt noch danke für alle Daumen hoch geber ja ok stimmt hast recht mit da draußen weil es gibt auch Handys und da können sie auch von YouTube aus ja ja sag ich ja nicht nur am Computer und dann sag ich auch noch Lukas Stein nein ist jetzt noch nicht ist jetzt noch nicht ich bin rechtlich auf Touren gerade Stein bei mir bei mir hat das hier Terror ich schaffe das ich schaffe das ich schaffe das ich auch ich schaffe es spring und nein nein ich bin bis 2698 gekommen ja ist noch ein toller Abschluss jetzt ja und ja dann sagen wir schon mal lala wooo lukas was was habt ihr heute zum mittag gegessen? essen ja ok liebe leute ok liebe leute was auch immer schreibt es in die kommentare schreibt es in die kommentare schreibt es in die kommentare was ihr noch haben wollt was ihr euch empfehlen wollt was wir machen wollt und und ja du maul genau maul maul ok dann sagen wir jetzt tschüss weil es wird bald wieder knapp ok dann sagen wir Dank an alle da draußen und gebt uns einen Daumen hoch hinterlasst uns ein Abo wieso klatscht euch in die Hände da steht auch in der Beschreibung ja auch dann favorisieren nicht vergessen ok dann tschüss bis zum nächsten let's play let's play let's test game play sei dabei und sei dabei uns anzugucken uns anzugucken blöd wird und bescheuert nur ende dann wir haben frei noch ok ja breiter kommt sicher noch heute hoch wir müssen jetzt nicht auch noch beenden weil ich hoffe das ist spät 13 48 ok dann viel spaß und ja bis zum nächsten let's test und let's play und let's game play und let's commentary und ja tschüss 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 ok dann das war jetzt 1902 Meter und ja dann bis zum nächsten dings tschüss tschüss tschüss